Herzlich Willkommen bei BW Paper Systems Hamburg. Ich bin Lili Nils, 21 Jahre alt und mache hier meine Ausbildung zur Industriekauffrau. Und das zeige ich euch jetzt mal. Kommt mit! Unsere Firma ist einer der deutschen Standorte der internationalen BW Paper Systems Gruppe. Wir sind ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen und unser Standort ist in Wedel direkt vor den Toren Hamburgs. Hier stellen wir Klein- und Großformatschneider her, die Papier direkt von der Rolle auf das richtige Format schneiden. Zum Beispiel Kopierpapier, was man für Drucker oder Kopierer braucht. In meiner Ausbildung bei BW Paper Systems durchlaufe ich alle kaufmännischen Abteilungen. So bekomme ich einen umfassenden Einblick in die einzelnen Tätigkeitsbereiche und den Gesamtprozess. Dazu gehört auch die Kundenkommunikation und Betreuung im Ersatzteilvertrieb. Während der Ausbildung lernen wir auch viel über unsere Maschinen. Gemeinsam mit den Auszubildenden zum technischen Produktdesigner sind wir drei Wochen in der Ausbildungswerkstatt. Meine Kollegin Marina macht die Ausbildung zur technischen Produktdesignerin bei uns. Sie lernt in ihrer Ausbildung alles über Bauteile und Baugruppen in unseren Anlagen. Im 3D-Konstruktionsprogramm lernt sie, wie man diese erstellt und ändert. Marina wird später in der Konstruktion eingesetzt und wird eng mit den Ingenieuren zusammenarbeiten. Sie begleitet mit diesen den Aufbau der Maschinen in der Montagehalle. In allen Abteilungen werden wir sofort ins Team aufgenommen. Wir bekommen sofort Verantwortung übertragen. Und was ich besonders toll finde, wir haben direkten Kundenkontakt. Im Marketing ist Kreativität gefragt und in der Buchhaltung lernen wir Rechnungen zu bezahlen und zu buchen. Als Industriekaufleute sind wir richtige Allrounder und haben später super viele Einsatzmöglichkeiten. Egal ob als Azubi zum Industriekaufmann oder zum technischen Produktdesigner. Es wird nie langweilig. Durch die weltweiten Standorte von BW Paper Systems haben wir schon während der Ausbildung die Möglichkeit, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. So mache ich zum Beispiel nächstes Jahr ein dreiwöchiges Praktikum in England. Euch erwarten vielfältige Aufgaben und spannende Einblicke in ein Maschinenbauunternehmen. Bewirb dich bei uns und überzeug dich selbst.